moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr mit dem god mode glitch under die map kommt und eine strategie wie die zombies sehr schnell spawnen und ihr die runde schnell pushen könnt als erstes geht in den god mode glitch leute für all die die nicht wissen wie das funktioniert habe ich oben in die infokarte das video dazu verlinkt so nachdem ihr dann im god mode seid lasst am besten zwei drei zombies am leben leute und zwar geht hier auf diesen flügel lockt die zombies hinter euch ja läuft hier gegen wo ich gegen laufe und legt euch hin also ihr müsst immer wieder aufstehen und durch hinlegen bis die unter die map packt das kann vielleicht ein paar versuche dauern leute aber das geht eigentlich ganz schnell so wenn ihr das dann richtig gemacht habt dann backt ihr unter die map von hier aus dreht ihr euch um und läuft hier hoch und ihr seid hier unter der map ich zeige euch jetzt noch mal ein paar pilot spots hier unter der map am flugzeug und zwar wenn ihr hier springt an der gallo da versammeln sich alle zombies dort außer die megatrons die werden dann direkt über euch stehen wenn ihr hier springt dann versammeln sich alle zombies dort leute und ihr könnt von hier auf headshots gehen ich zeige euch jetzt die taktik leute die ich meine mit den schnellen zombies spawns und zwar läuft hier weiter geradeaus hier habt ihr den felsen und ihr müsst hier runter springen wenn ihr hier seid klettert ihr hier hoch leute und geht hier auf diesen kleinen vorsprung und springt hier hoch von hier aus springt ihr in den tunnel rein ganz wichtig leute wenn ihr hier in dem tunnel seit kauft die beiden türen nicht auf links und rechts die beiden hindernisse und ihr dürft die tür zur waffen kann man nicht aufkaufen hinter euch dann kauft ihr die krankenstation auf gerüstet euch aus leute und wenn ihr dann alles habt dann könnt ihr euch einfach hier an die tür stellen bei der krankenstation und die zombies werden alle jetzt von vorne kommen und das ganz schnell wie ihr jetzt seht kommen die ganz schnell von vorne entweder von der krankenstation selbst oder unterm tisch dort so das war's dann mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video